Auf Chor-Challi! Mal sehen, ob sie uns noch ein Eiteres übrig gelassen haben. Ich drück auf den Fahrstuhl. Wer ist mit drinne? Ich geh bei dir mit drauf. Und aufwärts. Da kannst du echt total leatschen hier. Stehst hier einfach rum und kriegst die ganze Zeit Geld da oben. Geh auf, du Tür! So, bin an Bord. Also am Pilotensitz. Welche Türme sind eigentlich hier am besten geeignet? Der obere und der untere vordere. Sind die schon belegt? Wahrscheinlich, ne? Nämlich ne Seite. Ja, super. Super. Station genau dazwischen... 6000 haben wir gerade gekriegt. So, lädt auf. Sitzt der an Bord der Türme? Ja. Bin gerade noch kurz davor. Hui! Ah, dann steig ich jetzt ein. So. Soll ich einfach erstmal die Torpedos drauf abschießen? Besser einzeln, weil die treffen nicht immer. So. Ich schieß mal die Torpedos. Oh ja. Nur noch eine da, ne? So wie ich das seh. Hm. Hat der jetzt gelockt oder nicht? Ne, sind schon noch zwei. Weil unten seh ich nur eine. Ach, da ist noch ein roter Punkt. Ja. Wo ist das? Unten rechts ist. Jaaaa. Ach, ich kann nicht schießen. Hehehe. Mein Turm hat keine Munition. Ach so, wieder ausschalten und wieder einschalten. Was meinste? Ausschalten und wieder einschalten. Ach, brauchte ich gerade gar nicht. Ist gerade... Ach so. Das war sie, glaube ich. Haben wir noch irgendwo eine? Eine war da noch, ja. Ja, beim Marker. Ist extra markiert. Rockert gerade. Da unten, ne? Oder die da? Ja, genau. Die fährt ja auch schon kaputt aus. Gut, haben wir getroffen. Also da fliegt einiges von weg. Da ist was mit eingeschlagen. Auf jeden Fall ist sie weg. Ja. Das war's, oder? Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe, aber mein gut. So, da sind noch ein paar kleine. Da fliege ich mal ran. Vielleicht kriegt er ja noch was. Ich komme mit dem O-Bere nicht rein. Da jetzt. Das war ein Eggener, glaube ich. Kann das sein, dass einer Spieler rot ist? Das ist ein Retaliator, der ist rot. Okay. War ja auch irrtümlich beschossen. Naja. Er ist ja rot. Keine Ahnung. Ja. Es gab ja irgendwie die Möglichkeit, dass du auf Seiten der Piraten spielst. Naja, das nicht. Aber der hat wahrscheinlich was getroffen, was er nicht sollte. Vermutlich. So, ich glaube das war's, oder? Oder ist hier noch was? Außer dem Retaliator da vorne. Müssten wir jetzt Protect Javelin? Eigentlich haben wir sie doch, oder? Oder ist noch irgendwas hier? Ja, die Tully da. Naja, aber die gilt ja nicht, oder? Wo sind eigentlich die Javelin? Sie nach irgendwo? Sie hat einen Questmark. Da in die Richtung. Hinter dem Felsen. Äh. Achso, ich flieg mal zu der hin. Mal gucken, was die so treibt. Wann kuschelt die denn da rum? Hallo meine Kleine. Da ist noch ne Hammerhead. Attack on Senus Threat. Macht die irgendwas? Ne, ne? Die schwebt hier einfach nur so rum. Eigentlich muss der Rote weggeballert werden, weil er noch als Feind zählt. Meinst du? Kann nun sein. Kann ich mir ein Torpedo unterschicken, das wusste nicht. Äh. Haben wir vielleicht sogar ne Quest für den? Okay. Wie heißt der Typ? BFG Ghost. Ne. Leider keine Quest. Haben wir nicht? Ich sehe zumindest keine. Ne. Fäuer frei? Achso. Achso! 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 Ja, der ist jetzt im Knast. Wahrscheinlich. Eventuell. Ne, haben wir echt keine… EY! Wir werden beschossen. Hast du kein gripstabes bekommen? Ne. Aber ich glaube, der hat ja Freunde. Der hatte Freunde, es fand die nicht lustig. Die Hammerhead. Wir haben eine Menge, Freunde. Also da sind jetzt einige drin. Mama, ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Lock! Lock! Schnell! Nein! Nein! Er war rot! Ich habe jetzt in der Tat ein Crime-Stat. Ich habe einen Blackout bekommen im Turm. Das war lustig. Er war doch aber rot, oder? Oder war das... Naja, das Problem... Vielleicht war er rot, weil er uns mal getroffen hat. Aber noch keinen Crime-Stat gekriegt. Das einzige Problem dürfte gewesen sein... Vielleicht hat er hier Unschuldige an Bord gehabt. Das kann natürlich sein, oder? Das wäre natürlich auch möglich, ja. So, ich flieg mal nach. Ah, das fand er nicht lustig. Ich bin wahrscheinlich eh verpackt wieder. Ach, geh mal diese Bugs. So, warte mal. Ich muss mal meine Engine wieder anschmeißen. Engines offline. Oh! Wir haben dann Kopfgeld auf jemanden. Auf diesem Schiff. Jaaaa! Oh, warte mal. Dann machen wir... Na, pass auf. Dann machen wir das... Dann machen wir das so. Pass auf, dann erschießt er mich einfach. Das macht ja die Sache einfacher. Was? Wir erschießen dich? Naja, nimmt das Kopfgeld an. Ja, habe ich angenommen. Warte mal. Ich muss mal... Ich muss... Ich komme noch nicht mehr raus. Oh, ey. Warte mal. Kann ich... Kann ich die... Kannst du die mal teilen? Moment, steck gerade auf dem Tor. Ich will mein eigenes Kopfgeld bitte auch haben. Äh, also bei mir ist es nur die... Freischalt-Mission, deswegen... Ich kann nicht teilen. Ja, es... Ja, es stimmt. Bei mir war es auch nur Freischalt. Achso, ich habe auch noch so... Also, aber habt ihr angenommen, das Kopfgeld? Angenommen habe ich, ja. Dann, äh... Achso, teilen geht nicht, ne? Nee. Nö. Na dann. Blöde. Ich will doch nicht salutieren noch. Wie geht es salutieren? Oh... Moment. Ist nicht standardmäßig belegt. Slash-Salut. Ich gehe mal aus dem Weg hier. Nicht, dass mich auch noch eine Kugel trifft. Salute... Klappt irgendwie nicht. Egal. Gebt mir die... Gebt mir die Kugel. Nein! Da hat sie ihn erwischt. Plauts. Oh nein. Plauts. Was? Er hat aber auch den ersten Torpedo richtig gefressen. Oh, und hat da den Anzug an. Was hast du an? Gefängliches Anzug. Sieht man schon. Ja, der wird merkwürdigerweise erstmal eingestellt. Jetzt hätte ich dir schon fast das Multitool klauen können. Ist da ohne Multitool gestanden. Ja... M- für. Ich sehe nur... Achja, mit den Mer Renee... das haben sie abgeschafft. Ja? S- das man sie weitergeben kann? Ja. Das war wohl genau so geplant. Ich habe eine Tali hier vernichtet. Mit einem Torpedo. Juhu. So, das müsste jetzt ein 3er-Crime-Stat sein, was ich habe. Das könnte natürlich eine Weile dauern. Ja, irgendwas über eine Stunde oder so. Jetzt mal kurz gucken. Ich glaube, eineinhalb Stunden müsste das etwa sein. Ja, zwei, zwölf. Aber da breche ich jetzt nicht aus. Da würde ich sagen, da haben wir den Tag schön beendet mit dem Feuerwerk. Ah, das war lustig.